Die Kampfflintnern, die kalt man uns jetzt einmal vielleicht... Waffenfreak! Nützlich, oder? Richtig, Piper. Richtig. So. Schön, wieder unterwegs zu sein. Hier draußen schneidet man sich weniger oft an Papier. Äh, das... glaube ich das sofort. Siehe, mein alter Freund, das gefrorene Fertiggericht. Vor unserem letzten Treffen hast du es dir noch zwischen Bohnen und Apfelkuchen gemütlich gemacht. Das war's noch. Das war's noch nicht. Guck mal, bitte. Eine Sekunde. Das war's noch nicht. Schlimm, schlimm. Da ist nix. Tut mir leid, dass dein Haus seit 200 Jahren demoliert ist, aber ich brauche keinen Mitbewohner. Verzieh dich! So. Hätte nie gedacht, dass du mal an meine Tür klopfst. Hab dir Fifty-Fifty gegeben, es nach Diamond City zu schaffen. Dachte, das Commonwealth würde dir dann den Rest geben. Seltsam. Ich wusste, dass sie sich zeigen würden. Wir brauchen wieder was stärkeres, aber ich habe nichts stärkeres. Wo sind sie hin? Oh, ich stehe mal sie wieder im Weg. Ich habe momentan nichts gescheites. Die Zerstörung ist unvermeidbar. Aber. Wir wussten einfach nicht, wann Schluss ist, oder? Nö. Oder wie heißt es so schön? Liegt der Sündtod im Keller? War der Wanderer wieder schneller? Ha, ha, ha. Kerl, der war jetzt so lustig. Naja. Du bist angepisst verstanden. Aber was willst du hier denn erreichen? Tja. Das wird überhaupt nichts bringen. Nein. Äh. Du. Ich kann die umbringen. Das ist aber dein einziger. Ob du wirst, aber wirst, weiß ich nicht. So. Piper, aus dem Weg. Aus dem Weg. Wie her da draußen permanent du hast. Das ist der Scheiß. Jetzt bringt er da mal eine. Ja. Ist da jemand anwesend? Ja. Hier ist jemand anwesend. Du kennst ihn zwar nicht, aber du wirst ihn gleich kennenlernen. Vorsicht! Der Geschützturm ist scharf! Na, ehrlich Piper, du bist ja ganz eine schlaue Mose. Du bist ja wirklich. Wahnsinn. Die Frau ist ja mit Intelligenz gesegnet. Das heilt die im Kopf nur aus. Kellogg hat ihre Terminierung befohlen. Ja, ja. Wir schicken die Piper vor, ne, während wir da ausrahmen. Sag einmal, Piper, veranstaltest du da gerade eine Orgie? Komm schon! Na gut. Jetzt bin ich wütend! Aha. Der sucht sich eher nach quälenden Geschlechtsverkehr. Und tschüss. Ist in deinen Händen eh besser aufgehoben. Richtig. Piper. Wie du sagst. Die Streite sind gar nicht an. Das ist besser gelaufen als erwartet. Naja. Mit Ruhm und Ehre haben wir uns nicht bekleckert. Die ist Sorgen. Kommt raus, kommt raus. Erwischt. Kommt raus, kommt raus. Zum Leichenschmaus. Danke. Madame. Kommt raus, kommt raus. Kommt raus, kommt raus. Zum Leichenschmaus. Madame. Kommt raus, kommt raus. Ah. Da ist was. Schau. Da haben wir auch ausgrammt. Wir uns stehen. aber jetzt wohl gerade drüber nachdenke und es steht noch so viel bevor in dem spiel nämlich so viel dass ich schon bauchweh habe davon allein nur wenn ich drüber denke ich stelle jetzt mal die hämorrhoiden schon daunie ok cool putzmittel melkpiper wir haben es eiligst eigentlich eh nicht ihre keinen stress ja auch stress darfst bei mir keinen haben dann bist du falsch dir sorg es ein stimmpack radex kann man gern und gebräuchlichst mitnehmen für den eigenbedarf perfekt bewegung entdeckt seltsam nimmern keiner ich bin hier ein zünd mit zündendem humor aha eine direktive ist es nicht direkt fahrrad auf ich hätte sie doch die pares zum arz naja mit der wacke auch dafür treffen das gut du sag Ich frage mich, ob das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Na, Piper, ich glaube, du bist da alternativlos. Ähm, ah, da. Du hast Mumm und bist entschlossen, das bewundere ich. Ja, ja. Aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr du dich hier übernimmst. Ach, du Scheiße. Hey, da draußen ist was. Hey, sie sind hier. Der Schwingling steht unter Gewalt des Instituts. Terminiere ein Ringling. Äh, ich muss nur zuerst einmal andere Waffen suchen. Aber was? Ich habe ja nichts Gescheites da. Das ist immer gefährlich mit der, weil ich nämlich sie trieb. Äh. Vorerst Nummer Taylor. Servo für oberen Extremität beschädigt. Aber Zuschlag, aber Zuschlag geht noch, oder? Ja. Blöde Frog. Klar, diese Killermaschinen wurden vom Institut hergestellt. Aber sie sind trotzdem Killermaschinen. Noch ist es nicht zu spät. Hör auf und geh. Nö, Kellog. Du hast diese Option. Das können nicht viele von sich behaupten. Hast du das gehört? Warst du das? Nö, Piper. Das war doch. Das war schon. Okay. Wiedersehen. Hm. Hey, da draußen ist... Hab ich dich! Dann... Tät da einer aus. Wir brauchen die auf gut Glück, Knarre. Nein, da. Lässt da. Wäre es doch gar nicht jetzt so weit gekommen. Das Ding kann ich nicht hacken. Da muss ja irgendwo Schlüssel herumliegen. Aber wow. Wenn es doch nur eine Verwendung für das Zeug geben würde. Verdammt nochmal, ja! Warte mal, ich muss da nochmal zurück runter. Da liegt irgendwo ein Schlüssel für den Scheiß. Da hinten. Ja. Ich wusste es, dass da Schlüssel liegt. Ich bin doch nicht blöd. Aber blöd kann man werden. Sehr gut. Danke. So. Was wär's? Dann machen wir Dorf. Ja. Tockemovi. Nein. Piper verschwindet. Er schwindet. So. Jetzt haben wir's. Ihr schafft. Naja. Also, das haben wir's. Scheiße. Du Mann. Jetzt erst. Naja. Auf nimmer Wiedersehen. Richtig. So. So. Wir werden's da eine kleine Pause machen. Und in der nächsten Episode werden wir uns mit Kellogg auseinandersetzen. Du hast es geschafft. Du findest mich geradeaus. Meine Sünden tun dir nichts. Reden wir. Ja, ja. Zuerst mal vom Öl hier umbringen. Du kleine Sackrate, du Schirche. Und dann reden wir ihn. Was bildet sich dieser Kellogg's ein? Guck, Piper. Genau. Da werde ich. Wütend. Das ist ein Spiel, bitte. Also bitte. Gewalt gegen Frauen verabscheue ich. Also bitte. Das ist ein Videospiel. Bitte, bitte. Unterscheidet es da ein bisschen. Ich will da herinnen meinen Spaß haben. So. Gut. Ähm. Wir werden da mal kurz zwischenspeichern. Wir werden es da... Was ist denn da überhaupt? Öh. Weil, ich vermute, dass wir nach der Mission... Ähm. Dings machen müssen. Äh. Siedlungspflege. Guck dir hier, Mädel. Meine Kleine. Geht nicht. Ich will jetzt eigentlich da kurz mal hihuckern. Wenn mir vielleicht gedacht hat, sie ist müde. Aber, da geht's. Sehr brav, Madame. Warte mal. Wie ist denn das gegangen? Ich bin jetzt schon da. sehr gut in der nächsten Ausgabe werden wir uns mit Kelloggs befassen ich hoffe du bist dabei Baba dabei